Herzlich willkommen zu unseren heutigen Diskussionen unter dem Titel der Krieg in der Ukraine. Was kann die Linke tun? Seit einem Monat sehen wir täglich die schrecklichen Bilder aus der Ukraine, die Angriffe auf die ukrainischen Großstädte im Osten, im Süden der Ukraine, aber auch auf die Hauptstadt Kiew und auch die einzelnen Bombardierungen ukrainischer Städte noch weiter im Westen. Die humanitäre Lage ist in vielen Städten katastrophal, weil Millionen Menschen sind auf der Flucht. Laut UNHCR sind mehr als dreieinhalb Millionen Menschen schon außerhalb des Landes. Eine Menge sind Binnenflüchtlinge auch Richtung Westukraine sind unterwegs. Insgesamt haben diese Bilder uns schockiert. Ich glaube, den Angriff hat so niemand erwartet und er stellt natürlich viele vor, viele Herausforderungen, auch die Linke, sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland. Darüber wollen wir heute Abend sprechen und ich freue mich sehr, dass wir kurzfristig noch diese Diskussion organisieren konnten. Ich begrüße meine beiden Gäste heute Abend. Ich fange an mit Jana Stepanyuk. Jana ist eine linke Aktivistin, kommt aus der Ukraine, ist auch Journalistin, dort unter anderem für das Medienportal, was auch ein Partner von uns ist, politischer Kritiker und ist jetzt schon seit längerem in Berlin zum Studium hier in Berlin und danke Jana, dass du heute bei uns bist. Zum anderen auch Karin Leih, Mitglied des Bundestages für die Linke. Dort ist sie Sprecherin für Mieten, Bau- und Wohnungspolitik und nicht zu vergessen auch für Clubpolitik. Aber heute Abend eben nicht zu diesem Thema hier, sondern Karin hatte vor gut einer Woche ein Diskussionspapier, würde ich sagen, oder ein Titel, ein Statement veröffentlicht zur aktuellen Lage mit dem Titel Linke Außenpolitik braucht ein Update und deshalb war es Grund genug für uns, dich zum Gespräch einzuladen und darüber zu sprechen, warum wir das Update brauchen, wie das Update aussehen sollte und welche Fragen sich daraus ergeben. Deshalb danke auch an dich, dass du heute Abend hier bist. Die Diskussion ist jetzt wie folgt geplant. Wir werden zuerst hier auf dem Podium miteinander sprechen. Ich habe einige Fragen an meine Gäste vorbereitet, werde sie miteinander diskutieren, dass wir auch nicht nur ich die Fragen stelle, sondern auch miteinander ins Gespräch kommen und dann ungefähr in der zweiten Hälfte der Diskussion, wir haben anderthalb Stunden geplant, werden wir die Fragen für das Publikum öffnen. Ich bitte dafür, die Fragen und Antworten oder sozusagen Funktion zu wählen, nicht in dem Chat. Dort gehen dann die Fragen unter. Bei Fragen und Antworten bleiben sie sichtbar und ich werde dann die Fragen vorlesen. Das hat den Hintergrund, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und wir sonst von jedem, jeder Fragestellerin, jedem Fragesteller die Einverständnis einholen müssten und mit dem Schriftlichen können wir das umgehen. Deshalb bitte ich zu entschuldigen, dass heute nur schriftliche Fragen möglich sind. Aber ich freue mich trotzdem auf die spannende Diskussion zu diesem doch recht betrüblichen Thema, was uns eben jetzt seit einem Monat sehr stark beschäftigt. Ich würde mit der ersten Frage an dich, Jana, anfangen. Der Krieg ist ja nicht neu. Der Krieg in der Ukraine geht ja schon seit über acht Jahren. Meine Frage wäre an dich die erste Frage, wie die Position der ukrainischen Linken 2014 war, also nach der Annexion der Krim und den militärischen Eingreifen Russlands zur Unterstützung der Separatistenrepubliken in der Ostukraine. Und vielleicht auch mit einer zweiten Frage verbunden, hattest du persönlich auch Hoffnung, dass mit der Wahl Selenskis zum ukrainischen Präsidenten 2019, der unter anderem mit der Forderung, mit dem Versprechen angetreten ist, für Frieden auch mit neuen Verhandlungen, durch neue Verhandlungen mit Russland zu sorgen, angetreten ist? Hast du auch mit ihm Hoffnung verbunden, dass es dazu kommen könnte? Ja, das ist eine große Frage, die schwierig zu beantworten ist in diesem kurzen Format. Man soll auch klar machen, dass die Situation in der Ukraine zwischen 2014 und vor dem Anfang des Krieges und jetzt ist sehr unterschiedliche Situation in der Gesellschaft generell, aber auch was die Linke betrifft. Und der Angriff Putins hat den Stand der Debatten komplett verändert. Deshalb, man kann natürlich kurzer Exkurs machen, aber das ist ein ganz anderes Thema und jetzt unterscheidet das sehr davon, was wir jetzt haben. Im 2014 haben die Linken unterschiedlich reagiert in der Ukraine und das ist auch schwierig als kurz zu fassen. Es gab manche Teile der Linken, die eher pro Russisch war und dann das Ganze vielleicht unterstützt haben oder irgendwie nicht dagegen gewahrt haben. Trotzdem, die große Mehrheit hat beurteilt, also verurteilt die Annexion des Krims unter Unterstützung von Separatisten in Donbass. Und die Diskussionen lagen eher darüber, wie man genau vorgeht. Versucht man militärisch zu gewinnen weiter? Macht man eher Diplomatie und wie genau und so weiter das Verstand der Diskussion? Aber jetzt ist die Situation ganz anders und wir werden später darüber noch sprechen. Was Zelensky betrifft, ja, das war sein ursprüngliches Programm, also für Frieden zu kämpfen und irgendwie zu lavieren zwischen diesen zwei Richtungen pro Russisch, pro Westlich und Losungen zu finden, die für die Mehrheit der Bevölkerung okay waren. Aber dann hat man auch gesehen, dass das nach 2019 ziemlich stark sich auch verändert hat und dass die Minsk-Abkommen diese ganzen Prozesse in einer Sackgasse gelaufen sind und dass es nicht wirklich weiter ging. Und dann irgendwann schon im Sommer hat Putin seinen Artikel über die Ukraine veröffentlicht. Und es gab schon 2021 davor die militärische Eskalation an der Grenze und schon einige Zeit. Deshalb war das relativ klar, dass das jetzt nicht mehr in diese Richtung geht und diese Hoffnungen von Putin auch. Ich glaube, Putin hat auch selber erwartet, dass es vielleicht irgendwie geht, dass das nicht zustande kommt. Danke, Jana. Karin, die nächste Frage ist an dich. Viele Linke, also viele, aber vor allem auch Linke in Deutschland, hatten ja den Angriff bis zuletzt nicht für möglich gehalten. Da muss ich auch sagen, sozusagen, ich selber hatte keine Illusion, dass Putin davor scheut, militärisch einzugreifen. Aber diese Art von Angriff hatte ich persönlich auch nicht für möglich gehalten. Andere, wie wir um Linke, hatten ja auch noch wenige Tage vor dem Angriff postuliert, dass Russland überhaupt kein Interesse an einem Krieg habe. Du hast dich ja in deinem Artikel auch ein bisschen damit beschäftigt, wie es überhaupt dazu sehr viele Einschätzung bei manchen Teilen der Linken kommen konnte. Und das wäre auch die Frage, hingen wirklich alle Linken dieser Fehleinschätzung an? Oder war das vielleicht auch nur ein öffentliches Zerrbild der Linken? Was war eigentlich die Analyse der Linken? Oder wie würdest du nochmal retroperspektiv die Position der Linken zum Ukraine-Konflikt seit 2014 bewerten? Vielen Dank, vielen Dank erstmal für die Einladung, vielen Dank für die Veranstaltung, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und will mich generell bei der Stiftung bedanken. Ich finde das, was die Stiftung jetzt auch an Debattenbeiträgen dazu erstellt hat und im Angebot hat, sehr, sehr gut und ein Teil der kritischen Diskussion, die wir als Linke führen müssen. Ja, ich glaube, wir sind die meisten von uns an einem großen Irrtum unterlegen. Da würde ich auch selbstkritisch mich selber einschließen und kenne auch eigentlich fast niemanden in der Linken, der sehr, sehr früh schon gesagt hat, wir müssen das jetzt die reale Kriegsgefahr ernst nehmen. Also da hat es in der Vergangenheit viele Fehler gegeben. Gleichwohl gibt es unterschiedliche Nuancen, die auch relevant sind. Da würde ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich denke, es ist einmal klar, dass es viel aufzuarbeiten gibt. In der Vergangenheit hat es schon aus meiner Sicht, also es ist ja nicht der erste Krieg, den Putin jetzt geführt hat. Also diese Militarisierung der russischen Außenpolitik, die ist, glaube ich, unterschätzt worden von der Partei Linke, aber auch von der gesellschaftlichen Linken. Da hatten wir das einfach auch zu wenig auf dem Schirm. Die Frage der Repressionen, die Putin im eigenen Land führt, gegen die eigene Opposition, die Verbrechen bei Skripal in der Wallenähe. Da hat es durchaus unterschiedliche Stimmen gegeben, sage ich mal aus der Linken heraus, sodass es einige öffentlich in Frage gestellt haben. Kann es denn wirklich sein, dass dort Putin dahinter steckt? Und insgesamt hat, glaube ich, auch die Unterdrückung der russischen Opposition nicht die Rolle gespielt. Im Nachhinein muss man das, glaube ich, kritisch sagen, die es eigentlich in der Linken Partei spielen sollte. Das ist, glaube ich, so. Es ist gleichwohl so, dass sich nicht alle gleichermaßen geirrt haben. Also einige haben ja noch kurz vor dem Angriff das alles in das Reich der Phantasmen verwiesen, haben die gesamte Schuld immer nur bei der NATO gesehen. Und andere, und dazu darf ich mich dann schon zählen, haben dann doch irgendwann gesagt, naja, der meint es schon ernst. Wenn er die gesamte Ukraine umstellt hat, kann man das jetzt nicht mehr sagen. Die Russen wollen sicherlich keinen Krieg haben. Und deswegen sind ja einige von Mitgliedern der Partei Die Linke dann auch schon, bevor der Angriff kam, vor die russische Botschaft gezogen. Dort hat es dann die erste quasi Friedensdemo kleine gegeben, noch bevor der brutale Überfall stattgefunden hat. Ich kann nur rückblickend sagen, dass wir, die wir die russische Politik schon seit einer Weile kritisch sehen, nicht laut genug waren innerhalb der Linken. Und das muss sich, glaube ich, ändern. Diejenigen, die allerdings bis zuletzt das eigentlich in das Reich der Phantasmen gestellt haben, müssen sich natürlich schon auch fragen lassen, warum sie sich so krass getäuscht haben und was dahinter steht. Vielleicht drei kurze Argumente oder drei Gründe vielleicht. Das eine ist natürlich, wir haben natürlich als Deutsche Linke ein kritisches Verhältnis zur NATO. Es gibt auch, glaube ich, an der Vergangenheit der NATO wenig zu beschönigen. Also das würde ich auch jederzeit unterschreiben. Ich glaube, dass aber bei einigen zumindest, das hat aber den Blick davor verstellt, dass eben auch andere imperiale Interessen haben und dass Putin auch selbst imperiale Interessen hat. Und ich glaube, jetzt nicht nur Opfer der in der Tat falschen NATO-Politik ist. Das hat er ja gezeigt. Also ich glaube, niemand hat auch damit gerechnet, so einen brutalen Angriff auf Nachbarland, ein souveränes Nachbarland zu machen. Ich meine, das ist ja auch wirklich so ein Kriegsverbrechen. Na ja, sorry, auf so eine Idee zu kommen. Das ist, glaube ich, schon diese Unmenschlichkeit hat den Blick verstellt. Unsere berechtigte Opposition zur NATO hat uns verkennen lassen, dass eben auch andere, eben auch Putin imperiale Interessen verfolgt. Und er stellt sich ja auch in seiner Rede, die er dann gehalten hat, klar in eine zaristische Tradition von Russland. Und er sagt ja im Grunde, dass ihm die Ukraine gehört. Also er spricht ja eigentlich der Ukraine jedes Souveränität, jedes Existenzrecht ab. Und das ist, glaube ich, also diese, dass wir diesen russischen Imperialismus nicht, dass der nicht klar genug gesehen wurde. Ich glaube aber schon, dass es beim Teil der Linken auch so eine Haltung gibt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, oder dass man sozusagen sagt, na ja, wenn die Russen auch gegen die NATO sind, dann sind es, dann fährt das ein bisschen den Blick auch davor verstellt, was tatsächlich in der russischen Politik auch falsch läuft. Und das spielt sicherlich eine Rolle und bei wenigen vielleicht auch eine anti-amerikanische Haltung. Das gibt es auch in der Linken, da müssen wir auch nicht drumherum reden, das ist so. Wir sehen als Deutsche Linke unsere historische Verantwortung. Ich sage mal aus der Tatsache heraus, dass halt Nazi-Deutschland Osteuropa überfallen hat. Aus der Tatsache heraus, dass die Rote Armee Deutschland befreit hat. Das ist lange so interpretiert worden, dass uns das eine besondere Verantwortung gegenüber Russland sozusagen bedeutet. Und ich würde sagen, die ist da. Aber die haben wir gegenüber jedem anderen osteuropäischen Land, das von Nazi-Deutschland überfallen wurde und wo eben Menschen auch im Widerstand gekämpft haben, in der Roten Armee gekämpft haben. Das schießt ja die Ukraine ein zum Beispiel. Also ich glaube jetzt mal, da sind, also wirklich, ich glaube, da liegen die großen Fehler, auch die ideologischen Fehler, die dort gemacht wurden. Also zum Teil natürlich auch bei der älteren Generation von Genossinnen und Genossen auch eine große Freundschaft gegenüber, ich sage jetzt mal, bei vielen der Sowjetunion. Und dann hat man eben verkannt, dass natürlich, was Putin dort macht, überhaupt nichts mehr mit linken Grundsätzen zu tun hat, sondern dass es ein ziemlich repressiver, kapitalistischer Staat ist mit einer starken, reichen Oligarchie, mit einer Verarmung des Landes. Aber ich glaube, diese historische Freundschaft spielt bei der älteren Generation häufig noch eine Rolle und bei vielen, auch Westlinken, sage ich mal, so ein Anti-Imperialismus, ich sage jetzt mal alten Schlags, der, glaube ich, jetzt nicht mehr zeitgemäß ist und wie ich formuliert habe, ein Update braucht. Und zu diesem Update gehört in jedem Fall, dass wir den ukrainischen Linken und überhaupt den Linken auch in anderen osteuropäischen Ländern mehr zuhören. Das hat ja Ivo Georgiev, der für die Große Luxemburg-Stiftung das Video gedreht hat, als Leiter des Kiefer Büros, gesagt, dass wir zu wenig zugehört haben, zu wenig Glauben geschenkt haben. Das muss sich ändern und klar, die Fehler der Vergangenheit, die müssen wir aufarbeiten und die Konsequenzen daraus ziehen. Danke, Karin. Ich würde auch direkt sozusagen die Frage an Jana weiterspielen. Karin hat ja gerade einige aus ihrer Sicht Fehler der Linken in Deutschland in den letzten Jahren beschrieben. Wie wurde das Verhalten der deutschen Linken von Linken in der Ukraine oder ukrainischen Linken wahrgenommen? Könntest du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Ja, gerne. Also ich teile Karins Kritik grundsätzlich. Das sind alle Punkte, die ich selber wichtig finde. Ich würde sagen, ich gehe auch viel weiter in der Kritik. Das war für mich und für viele andere ukrainische Linken sehr, sehr frustrierend. Diese ganze Zeit, schon nach 2014, sehr entfremdend und einfach sehr krass, viele Ereignisse zu beobachten, dass zum Beispiel linke Abgeordnete in die Krim fahren, um ein Referendum teilzunehmen, das vollständig legitim ist. Das Äußerungen von Sarah Wagenknecht diese ganze Zeit. Ich werde auch nicht irgendwelche Bestimmte jetzt rauspicken. Aber nicht nur sie, ja, vollständig problematisch. Einfach, dass der Ukraine jegliche Subjektivität abgesprochen wird und Recht, selber über eigene Sicherheit nachzudenken und selber zu entscheiden, ob die Ukraine jetzt NATO beitritt oder nicht. Weil diese, ja, wie Karin gesagt hat, dieser NATO-Diskurs, das war immer an allem Schuld zu geben der NATO, weil NATO-Osterweiterung, als ob die Staaten der Osteuropa nicht selber die Rechte haben, selber zu entscheiden, ob die NATO beitreten oder nicht. Auch seit dem Anfang des Krieges die ganze Zeit die NATO-Erzählungen über westliches Imperialismus zu lesen, war für mich sehr, sehr frustrierend. Und ich finde diesen Punkt über historische Verantwortung Deutschlands gegenüber dem der Osteuropa sehr gut, was Karin sagte. Aber ich würde das auch erweitern und radikaler sagen, dass es stimmt, dass in Deutschland das immer nur als historische Verantwortung gegenüber Russlands verstanden ist, was ich nie verstehen konnte. Und das muss nicht nur andere osteuropäische Länder mit einschließen. Ukraine ist nicht nur ein anderes osteuropäisches Land. Also Zweiter Weltkrieg, also der Großteil von Kriegshandlungen war auf dem ukrainischen Boden. Ukrainische Opfer waren ein Drittel von allen Opfern. Ein riesiger Teil der Rote Armee war in der Ukraine. Es gab Millionen Zwangsarbeiter, die aus der Ukraine weggeschleppt wurden. Ukraine ist nicht nur ein Land von mehreren Osteuropa-Ländern, dem gegenüber Deutschland auch die Verantwortung wahrnehmen soll. Und Ukraine hat schon sehr viel, sehr wichtige Rolle gespielt und sehr gelitten im Zweiten Weltkrieg. Und das müssen die Deutschen und muss die deutsche Linke sich auch klar machen, dass Sowjetunion und Rote Armee nicht gleich Russland sind und die Rolle der Ukraine sehr wichtig war. Deshalb muss das dafür jetzt genutzt werden, wirklich solidarisch mit der Ukraine zu sein, aus diesem historischen Hintergrund. und für die Sicherheit und Wohlstand in der Ukraine weiterzukämpfen. Danke, Jana. Ich würde direkt mit einer zweiten Frage an dich anschließen. Jana, wir sind jetzt ja in einer anderen Situation seit dem 24. Februar. Wir haben den Angriff Russlands, die Bombardierung. Ich hatte eins für uns schon gesagt. Was ist jetzt eigentlich die Reaktion der Linken in der Ukraine? Was machen die Menschen vor Ort? Könntest du dazu kurz etwas sagen? Ja, also wie gesagt, nach 2014 gab es noch mehr Diskussionen und irgendwelche typische linken Spaltungen in Reihen der ukrainischen Linken. Jetzt ist es nicht mehr so. Anfang des Krieges, russischer Einmarsch in der Ukraine hat klargestellt, worum es geht und auch die ganze Zeit ging um russische Aggressionen. Und die ukrainische Linke hat das verurteilt und kämpft aktiv dagegen. Und viele Menschen haben persönlich die Reihen von Terra Borona, Territorial Defense, beigetreten. Viele Menschen haben die Reihen von ukrainischem Militär beigetreten und kämpfen da. Viele in der Ukraine wie auch im Ausland kümmern sich um die humanitäre Hilfe und engagieren sich da. Also auch gewerkschaftliche Aktivisten, unterschiedliche linke Organisationen. Also auf Organisationsebene wie auch individuell geht es darum, so weit wie möglich dafür zu sorgen, dass Ukraine gewinnt. Danke. Karin, eine Frage an dich. Jana hat es ja gerade schon erwähnt, die humanitäre Hilfe ist ein wichtiger Punkt. Was hat die Linke jetzt dazu derzeit gemacht? Ich glaube, das ist ja der einigende Punkt, wo sich alle Linke darauf verständigen. Die humanitäre Hilfe ist wichtig und notwendig. Kannst du kurz einmal darstellen, was die Position der Linken bis jetzt dazu war und wo auch die Probleme in Deutschland dazu liegen? Ich würde gerne nochmal an Jana anknüpfen und genau, also ich glaube schon, das habe ich ja auch gesagt, dass wir diesen großen Irrtum aufarbeiten müssen, kritisch aufarbeiten müssen. Die Tatsache, dass ich mich jetzt damit beschäftige, ist mein Beitrag dazu. Gleichwohl würde ich mir natürlich auch wünschen, dass diejenigen, die sich mehr geirrt haben und doch eine sehr eindeutig pro russische Position vertreten haben, auch ihren Irrtum, der ja größer war, auch, sage ich mal, deutlich aufarbeiten und auch öffentlich artikulieren. Ich glaube, das ist, sind wir ein Stück weit der Ukraine und der ukrainischen Linken schuldig. Ich glaube, das würde aber auch zur Glaubwürdigkeit der Linken, die, glaube ich, gerade sehr, sehr angeschlagen ist, auch beitragen, wenn es auch diese Aufarbeitung auch gerade durch diejenigen gibt, die da bisher, das sage ich mal doch eher, sich da aus meiner Sicht zu unkritisch gegenüber der russischen Politik geäußert haben. Das will ich schon noch mal sagen. Ich bin sehr bei Jana, wenn sie sagt, die Interessen auch der Ukraine und ich sage das bewusst, auch der anderen osteuropäischen Länder aufzuarbeiten, anzuerkennen erst mal, auch die Souveränität anzuerkennen und die Sicherheitsinteressen müssen wir sehen und auch wenn wir darüber reden und denken und das auch wahrnehmen. Und wir haben natürlich als Linke eine sehr kritische Haltung gegenüber der NATO-Osterweiterung. Ich sehe das. Ich sehe auch, dass dank, in Anführungszeichen, von Putins Angriffen und der falschen Politik auch schon, die er seit 2014 im Donbass betreibt, natürlich die Stimmung in der Ukraine ja auch, also das ist ja immer mehr pro NATO sozusagen gekippt. Das ist ja Ergebnis auch seiner falschen Politik gewesen. Genau, aber wir dürfen trotzdem, das denke ich, im Denken und im Sprechen über die Konfliktlösung nicht unterschätzen, dass eben auch die Ukraine, Polen, das Baltikum, dass da auch Sicherheitsinteressen sind, auch wenn ich nicht alle außenpolitischen Forderungen, die aus diesen Ländern artikuliert werden, unterschreibe. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir als Linke in Deutschland, aber auch die deutsche Bundesregierung zum Beispiel die Forderung nach der Flugverbotszone nicht unterstützen. Also das ist, das muss man auch ganz klar so sehen. Ich finde gleichwohl, dass wir jetzt nicht über die Ukraine so sprechen können. Da gab es halt ein Abkommen 1990, wo die Ukraine ja gar nicht zwingend am Tisch saß. Und es gilt dann und bis heute kann sozusagen niemand mehr, weil das so sagen. Darüber müssen wir, glaube ich, sehr kritisch nachdenken. Und da kann ich das unterschreiben, was Jana sagt. Es hat ein bisschen was von der, ja fast schon von der kolonialen Haltung einfach. Und ich sehe zwei Dinge. Wir haben in Deutschland, und das ist ganz, ganz schlimm, historisch auch und bis zum heutigen Tag eine große Feindlichkeit gegenüber Russland und auch gegen Russinnen und Russen. Und da will ich erst mal sagen, dass das nichts mit einer linken Position zu tun hat und dass wir uns dem jederzeit entgegenstellen müssen. Auch andere Menschen aus anderen osteuropäischen Ländern, ob es die Ukraine ist, ob es Polen ist, empfinden oder sind mit sehr viel Feindseligkeit in Deutschland konfrontiert. Und auch dagegen müssen wir uns als eine linke Partei, die für Freiheit und Gleichheit für alle kämpft, natürlich ganz eindeutig positionieren. Das will ich noch mal sagen. Gut, was tun, ist die Frage. Richtig, jetzt zum zweiten Teil deiner Frage. Also wir haben, es ist schon so, dass wir in jedem Fall für eine demokratische, dass wir als Linke unsere Position auch in der Bundestagsfraktion ein Stück weit modifiziert haben, was die Fragen der Sanktionen anbelangt. Wir haben in der Vergangenheit immer die Position sehr eindeutig vertreten, dass wir sämtliche Sanktionen ablehnen. Wir haben jetzt gesagt, wir müssen es differenzieren. Gerade wenn wir als Linke wollen, dass es weiterhin keine Waffenlieferung gibt, gerade wenn wir als Linke wollen, dass es keine Fluggebotstone eingerichtet wird, auch auf Angst davor, dass der Dritte Weltkrieg in einem Atomwahrer Krieg vom Zoll gebrochen wird, als Teil von der Deeskalation, müssen wir da trotzdem irgendeine Antwort haben. Und ich finde schon, dass ein brutaler, völkerrechtswidriger Überfall auf ein souveränes Nachbarland, bei dem ganze Städte in Schutt und Asche gelegt werden, wo Zivilistinnen und Zivilisten angegriffen werden, wo Kinderkrankenhäuser und Wohngebiete bombardiert werden. Wir alle haben diese sehntäglich, diese schrecklichen Bilder der zerstörten Städte, der Angriffe, der Millionen Menschen auf der Flucht, die in den U-Bahn-Schächten oder in Kellern sozusagen dort um ihr Leben fürchten müssen. Also das hat natürlich, das kann ja eine internationale Staatengemeinschaft nicht unbeantwortet lassen. Und deswegen haben wir unsere Position als Bundestagsfraktion dort modifiziert, was ich auch richtig finde, dass wir gesagt haben, natürlich braucht es jetzt gezielte Sanktionen und die müssen auch ganz gezielt natürlich die russischen Eliten und die russischen Oligarchien treffen. Und das finde ich auch völlig klar. Ja, und da ist bei weitem noch nicht alles ausgeschöpft, weil wir haben zum Beispiel völlige Intransparenz, wem Immobilien in Deutschland gehören. Und wir wissen, dass dort viele Immobilien möglicherweise von russischen Oligarchen übrigens, aber auch von reichen Leuten aus der ganzen Welt hier geparkt werden. Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, gerade im Immobilienbereich. Wir haben im Moment noch gar nicht die Instrumente, um das zum Beispiel alles aufzuarbeiten. Das müssen wir jetzt tun. Die Stichworte sind da zum Beispiel Immobilienregister, Transparenzregister, führt jetzt vielleicht im Detail zu weit für heute Abend. Aber das sind die Herausforderungen, die die Linke jetzt beantworten muss und die vor allen Dingen aber auch die deutsche Politik generell beantworten muss. Und da an dieser Stelle haben wir uns in jedem Fall bewegt und das finde ich auch richtig. Danke, Karin. Ich würde mal kurz sozusagen wieder zu Jana rüberspringen. Karin hat ja schon ein bisschen dargestellt, was sozusagen gerade die Position der Linken in Deutschland ist. Was sind denn die Forderungen der ukrainischen Linken jetzt gerade in der letzten Situation an die deutsche Linke? Was getan werden sollte, was sie sich wünschen sozusagen und auch warum? Ja, als erstes muss ich sagen, dass Stand der Diskussion und der Debatten ganz anders ist als in Deutschland. Und für mich ist das immer noch unverständlich, warum viele linke Diskussionen immer noch auf der Ebene geführt werden, ob es Sanktionen braucht oder nicht oder welche Sanktionen es braucht oder nicht. Für alle, für Linke in der Ukraine ist das klar, dass es Sanktionen braucht. Und alle, die möglich sind. Es ist auch klar, ich glaube, für die Mehrheit kann ich das auch sagen, dass es Waffenlieferungen braucht. Also für mich ist das unverständlich, warum diese Diskussion in Deutschland auf dieser Ebene geführt ist. Und wenn wir jetzt über Forderungen von ukrainischen Linken reden, werden dann ja als erstes, was ich glaube, sehr einfach machbar ist und braucht keine ideologische Diskussion, vollständiges Embargo auf Gas und Öl. Also es sind heute 18 Milliarden Euro, die seit Anfang des Krieges von der EU an Russland gezahlt wurden. 18 Milliarden und das geht einfach weiter. Es ist, es muss einfach aufgehört werden. Deutschland und andere Länder, aber besonders Deutschland darf nicht weiter Krieg finanzieren. Es gibt keine moralische Rechtfertigung dafür. Und Deutschland muss selber überlegen, was genau sie das abbekommen. Aber es ist nicht möglich, dass Deutschland weiter Krieg finanziert. Welthäfen für russische Ware zu schließen, Versand und Empfang von russischen Waren auch einstellen, Bank-Sanktionen weiter, ohne Ausnahmen vollständig alle russischen Banken von SWIFT aus zu schließen und jegliches Austausch zu unterbinden. Forderungen von humanitärer Flugverbotszone. Ich glaube, viele sehen, dass das unwahrscheinlich ist und vielleicht nicht auch das, was unbedingt notwendig ist. Aber da muss man auch auf andere Weise, kann man auch sehr effektiv Ukrainer unterstützen. Wie gesagt, Waffenlieferungen. Ukraine muss weiter militärisch kämpfen. Das war nicht die Entscheidung der Ukraine, diesen Krieg anzufangen. Ukraine führt ein legitimes Verteidigungskrieg. Und dafür, dass der effizient und gut weiter irgendwie läuft und Ukraine nicht morgen von Russland okkupiert ist und zerteilt und so weiter, dafür braucht Ukraine Waffen. Und ich verstehe nicht auch, warum diese Frage bei der Linken so eine Ablehnung, Haltung auslöst. Und es gibt auch viele andere Sachen, wo ich glaube, auch die deutschen Linken sehen das ein. Also ja, Sanktionen gegen Oligarchen, Eigentum und Konten einfrieren und für ukrainische Bedürfnisse nutzen, für Flügel oder für Wiederaufbau oder für was noch immer. Es gibt auch sehr wichtige Forderungen, die spezifisch so von ukrainischen Linken vertreten ist. Das ist Staatsschulden der Ukraine zu tilgen. Und ich glaube, da kann auch deutsche Linke sich sehr unproblematisch anschließen. Die sind jetzt mehr als eine Milliarde Euro, die ukrainische Staatsschulden. Und nur im Jahr 2022 muss Ukraine 6,2 Milliarden Euro oder Dollars für Schuldenbedingungen auszahlen. Und die meisten Schulden sind für International Monetary Fund und Weltbank. Und 6,2 Milliarden Dollar ist große Summe. Ja, das ist mehr als ukrainisches Militärbudget für 2021. Das sind Millionen von Jahresrenten. Und Ukraine braucht dringend dieses Geld. Und diese Schulden können einfach getilgt werden. Und das ist voll viel besser, als dass die EMF Ukraine jetzt einfach ein neues Geld leiht, die die Ukraine dann später wieder als neue Schulden auszahlen muss. Man kann auch als nächstes darauf bestehen, dass Unternehmen russisches Markt verlassen. Und es gibt auch viele deutsche Unternehmen, wo das wichtig ist. Also nochmal zum Schluss. Ich finde auch diese Frage von Sanktionen, nur gezielte Sanktionen, die russische Eliten und Oligarchen betreffen, ja. Andere Sanktionen, nein. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Sanktionen müssen umfassend und zerstörerisch werden, damit Russland nicht mehr diesen Krieg finanzieren kann. Damit das System unter Putin zusammenbricht und dass es weiter nicht einfach geht. Es reicht nicht einfach ein paar Menschen und deren Eigentum zu zielen und zu erwarten, dass das irgendwelche Wirkung hat. Sanktionen werden sowieso nur später wirkend zeigen, aber die müssen extrem sein. Die müssen Russland vollständig isolieren und das verunmöglichen, weiter Krieg zu führen. Und man muss nicht jetzt denken, ja, aber die arme russische Bevölkerung leidet dann, ach ja, für Putins Krieg. Bevölkerung in der Ukraine, sie flieht jetzt millionenweise. Also Menschen in Mariupol begraben ihre eigenen Nachbarn in Höfen neben euren Häusern. Das ist Stand der Dinge in der Ukraine. Und ernsthaft, wenn ich jetzt höre in diesen Diskussionen, dass ja Sanktionen, aber nur die, die russische Eliten betroffen oder ja, Deutschland kann nicht Embargo machen, weil Deutschland russisches Gas braucht, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit. Ich verstehe nicht, wie das moralisch, wie das überhaupt geht. Ich würde mal einen Aspekt rausgreifen, sozusagen, du hast ja schon angesprochen, die Forderung nach Energieexportstopp, also Energiesanktionen. Karin, du hast ja in deinem Artikel auch geschrieben, dass du sagst, okay, wir haben Nord Stream 2 falsch bewertet. Das sollte gestoppt werden und wir müssen sozusagen in Deutschland jetzt eine erneuerbare Energie investieren, um die Energieabhängigkeit zu ändern. Das sind ja sozusagen schon einige Punkte, die eigentlich auf einen langfristigen Ausstieg aus dem Bezug von Energie aus Russland hinauslaufen. sozusagen, warum würdest du trotzdem sagen, dass jetzt Energiesanktionen nicht die richtige Antwort sind, weil langfristig enden ja dann die Handelsbeziehungen, wenn wir diese erneuerbare Energie vorantreiben, was ja auch eine linke Forderung durchaus ist im Rahmen der Klimagerechtigkeit. Du bist noch stimmgeschaltet, Karin. Ich denke, dass dieses Thema, also da finde ich auch, dass wir alle, auch ich selber, ich war jetzt nicht die kühnste Verfechterin von Nord Stream 2, aber ich habe das auch als Teil einer Übergangstechnologie für sinnvoll betrachtet. Und ich muss auch im Nachhinein, also es gab auch immer in der Partei Menschen, die von vornherein Nord Stream 2 opponiert haben, in der Regel mit einer klimapolitischen Argumentation. Und natürlich hatten wir auch blühende Verfechter. Und ich habe ja jetzt gesagt, dass ich schon finde, dass wir jetzt nicht sagen können, das muss in Betrieb genommen werden. Also das scheint mir eine Forderung, die wirklich überhaupt nicht mehr zu halten ist, genauso wie die Forderung, dass wir überhaupt jede tägliche Sanktion abdehnen. Das habe ich ja so deutlich gesagt. Damit habe ich mir schon einiges an Kritiken sozusagen von anderen Linken eingehandelt. Ich sehe gleichzeitig, dass Jana und die ukrainische Linke sagen, ihr lasst uns im Stich. Das bisschen, was ihr jetzt euch da bewegt, das reicht lange nicht aus, um unsere Leben zu retten, um unser Land zu retten, um unsere Städte sozusagen zu retten. Und das bringt uns nicht in eine Verhandlungsposition. Und da muss man, glaube ich, sagen, dass wir da in einem ganz, ganz schwierigen Zwiespalt sind. Ich bin sehr dafür, dass wir anfangen, darüber zu sprechen und dass wir offen und solidarisch diese Diskussion führen. Und das habe ich vielleicht vorhin bei diesen Gründen vergessen. Ein Grund, warum wir auch so vielleicht zu unkritisch waren, auch wir innerhalb der Linken, die jetzt nicht so aus so einer pro-russischen Haltung historisch oder biografisch kommen. Ein Grund ist, dass natürlich dieses ganze Thema Außenpolitik in der Linken ein sehr, sehr vermimtes Terrasse. Und dass jede Diskussion, jede Debatte darüber einem ganz schnell Vorwürfe von Kriegstreiberei und Aufkündigung von Grundsätzen sozusagen bedeutet. Und deswegen ist es ganz schwierig, innerhalb der Linken dort eine differenzierte Debatte zu führen, ohne gleich Vorwürfe der Abgründigkeit sozusagen zu bekommen. Und ich habe ja versucht, das Tor ein bisschen aufzustoßen und zu sagen, Leute, lasst uns doch jetzt erstmal über die Grundsätze sprechen. Was sind denn eigentlich die Grundsätze von der linken Politik? Und messen wir, wir werfen die ganze Zeit zum Beispiel der NATO und der USA vor, dass wir mit zwei Lamas messen, aber tun wir es nicht selber ganz genauso. Und das kann man, glaube ich, schon sehr, sehr eindeutig sagen. Also das wollte ich nur noch mal sagen, diese ganze, die Tatsache, dass es innerparteilich ein ganz schwieriges Thema ist, dass dort, ich würde es schon so sagen, zum Teil sehr orthodoxe Positionen vertreten werden. Und sobald man eine Frage stellt, heißt es gleich, du bist Kriegstreiber, hat natürlich den Raum nicht eröffnet und hat dazu geführt, dass Leute wie ich, ich bin ja auch keine Außenpolitikerin, ich bin eigentlich Wohnungspolitikerin, aber diese Aufarbeitung, glaube ich, die sind wir alle schuldig. Und vor allen Dingen wir, die wir irgendwie zu den Mandatsträgern dieser Partei gehören. Also das müssen wir, glaube ich, alle machen, deswegen mache ich es ja auch. Und ja, was jetzt tun? Also Nord Stream 2 war eine Fehlanschätzung. Ich glaube, da muss man klar Nein zu sagen, jetzt fast die Zukunft anbelangt. Dass wir schnellstmöglich uns freimachen müssen von russischem Gas, das finde ich schon. Natürlich freut es mich jetzt nicht, und wir als Linke haben das alle total kritisch bewertet, den jetzt Robert Habeck nach Katar fährt. Also auch ein Land, was total jedem Standard von Menschenrechten auch komplett widerspricht. Also das heißt, schnellstmögliche Herstellung von Energieautarkie wäre hier, glaube ich, die richtige Antwort. Wir sehen schon auch, dass jetzt die Situation benutzt wird in der deutschen Innenpolitik und im gigantischen Aufrüstungsprogramm das Wort zu reden. Und da muss ich schon sagen, das empört mich auch. Also ich kämpfe seit zehn Jahren für Sozialwohnungen. Wir streiten dort wie die Berserker um 500 Millionen Euro, mehr oder weniger, angesichts dieser Mietenkrise, die wir haben. Wir haben über 1,5 Milliarden Zuschuss für Pflegekräfte anderthalb Jahre diskutiert. Und über Nacht stellt sich unsere Bundeskanzlerin und sagt ja jetzt 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ins Grundgesetz reinschreiben. Und dann ist das Geld plötzlich da. Also das empört mich zutiefst, das empört die Linke, da sind wir uns auch wirklich einig. Es gibt jetzt einen Aufruf, den ich auch gut finde, den noch viele Menschen aus der Gesellschaft gestellt haben. Also das will ich schon sagen. Man darf das jetzt nicht nutzen, um im Aufrüstung das Wort zu reden oder irgendwie, sage ich mal, wie es früher so schön hieß, den militärisch-industriellen Komplex sozusagen zu füttern. Und die Aktie von Rheinmetall ist krass nach oben gegangen. Ich finde es total spannend und das leuchtet mir jetzt ein. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht die außenpolitische Expertin, aber das würde ich in jedem Fall mitnehmen, was du, Jana, gesagt hast, dass man doch eher über den Schuldenschnitt beispielsweise für die Ukraine sprechen sollte. Das ist eine Position, die wir beispielsweise ja auch bei anderen, ging es jetzt nicht um Kriegssituationen, aber auch um Krisensituationen, was beispielsweise Griechenland anbelangt, was wir dort auch gefordert haben. Also ich glaube, das ist eine Forderung, die wir gut formulieren können, ohne dass wir unsere pazifistischen und auch antimilitaristischen Grundsätze dort aufgeben. Also da wäre ich in jedem Fall sehr, sehr offen für diese Argumentation. Ja, was sind unsere Argumente zum Nein zu Waffenlieferungen? Dass jede Waffe ihren Krieg findet, dass es auch Deutschland war, die die russische Armee aufgerüstet hat in den letzten Jahren. Viele von uns, und dazu zähle ich mich auch, finden es falsch, dass Deutschland als ein Land, was zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen hat, zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt gehört. Das ist auch natürlich aus unserer Geschichte heraus problematisch. Das sind natürlich alles die Gründe, die uns dazu führen. Es gibt ja auch, die Stiftung hat dazu Argumentationen, auch Jan von Aken hat da zum Beispiel sehr differenzierte Papiere verfasst, die mich auch ein Stück weit überzeugt haben. Ich will allerdings auch sagen, es gibt auch Linke, die sagen, wir müssen jetzt darüber nachdenken, was ein Land eigentlich, wir sagen ja schon als Linke, ein Land darf sich selbst beteiligen. Und ich weiß, dass es eine Derstelle ist als Linke, was eigentlich passiert, wenn ein souveränes Land überfallen wird und wie dann diese Selbstverteidigung auch aussehen kann. Also das ist tatsächlich eine Leerstelle, die wir als Linke dort haben. Das muss man so klar sehen. Und unsere Parteivorsitzende Susanne Heldnich-Weltzer hat ja auch die Fragen aufgeschrieben, die wir jetzt diskutieren müssen. Und genau diese Frage gehört eben dazu, was wir in Zukunft tun, wenn oder was wir in einem souveränen Land auch zubilligen an Selbstverteidigungsrechten. Und das müssen wir jetzt in Zukunft solidarisch diskutieren. Jana, ich habe sehr viel Nicken bei dir gesehen. Wolltest du noch mal darauf antworten? Dann würde ich dir noch mal die Chance geben, zu antworten und dann gleich mal mich durch die Fragen durcharbeiten. Es sind doch einige aufgelaufen, dass wir es gleich noch mal öffnen. Ja, Nicken war, okay, ich habe schon vergessen, wozu Nicken war. Ja, eigentlich, was ich spannend finde, schon die ganze Zeit in der Diskussion ist, diese pazifistische und antimilitaristische Grundsätze der Linken, was ich nicht immer verstehe, weil das wäre schon sehr naive Vorstellung von Pazifismus. Dass Pazifismus einfach ist, keine Waffen, keine Gewalt. Ja, was, dazu habe ich geniegt, ja, Selbstverteidigung. Was machen wir damit? Sollen Ukrainer einfach sagen, ah ja, wir sind für Frieden. Das heißt, wir kapitulieren jetzt. Wir lassen Russland... ...Menschen zu repressieren, wie das jetzt in Russland geht, vollständige Gewalt und so weiter, weil Waffen schlimm sind. Oder ich glaube, das wäre ein bisschen absurd. Und das ist klar, dass für Selbstverteidigung, worauf Ukraine völliges Recht hat und ukrainisches Volk, man auch Waffen braucht. Und man darf natürlich deutsche Waffenexporte sehr viel kritisieren, zu anderen Gebieten und so. Ich bin da kein Experten. Da kann man... Ja, ich finde das auch kritikwürdig. Aber das ist schon ein ganz anderes Fall. Und auch deutsche Geschichte wird sehr oft dafür genutzt, dass ja, Deutschland wegen Geschichtsgründen darf jetzt keine Waffen liefern. Also wir haben jetzt mit Karin genau darüber gesprochen, dass Deutschland voll... Dass man genau wirklich andere Schlüsse aus der Geschichte ziehen kann. Dass Deutschland Verpflichtungen hat gegenüber Ländern in Osteuropa, gegenüber der Ukraine, für die Sicherheit der Ukraine. Und genau deswegen muss Deutschland Ukraine auf allen Weisen jetzt unterstützen. Und das heißt auch Waffen liefern. Deshalb kann man dieses Geschichtsargument ganz anders drehen. Und ja, ich finde diese Anti-Waffen-Diskussion immer ein bisschen naiv, muss ich sagen. Weil, klar, niemand will Krieg, ja. Aber wie kommt man zu dem Punkt, wo Frieden herrscht? Und Ukraine will auch Frieden. Alle Menschen in der Ukraine, sie haben am meisten Interesse, dass es wieder Frieden herrscht. Aber das ist die Frage, wie wir zum Frieden kommen. Und manchmal braucht man Waffen dafür auch. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass wir sozusagen den Frieden in der Ukraine wollen. Jetzt gleich sehe ich jetzt einfach mal beim Podium voraus. Ich werde mal die Frage an dich, Karin, sozusagen. Ich glaube ja sozusagen, dein Argument soll nicht so verstanden werden, wenn du sagst, die Ukraine soll sich ergeben oder sonst was. So hatte ich dich gar nicht verstanden. Sondern was könnte jetzt Deutschland noch tun und sozusagen außer der Waffenlieferung, vielleicht auch auf diplomatischem Gebiet, jetzt sozusagen versuchen, nochmal eine Deeskalation, noch ein bisschen Waffenstillstand voranzutreiben. Das wäre sozusagen meine Frage an dich. Und danach würde ich mal gucken, was in der Diskussion schon für Fragen reingekommen sind. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Im Gegenteil, also diese Position gibt es innerhalb der Linken natürlich, dass es quasi die Ukraine komplett sofort kapitulieren soll. Und dann heißt es ja, Verhandlungen komplett unter den Maßgaben von Putin, das kann natürlich nicht der Punkt sein. Also wir sind uns da auch in der Fraktion einig, dass die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht hat, jedes Land ein Selbstverteidigungsrecht hat. Das ist der Punkt. Aber das wären jetzt natürlich unsere Hauptantworten, was Diplomatie anbelangt und was eben die gezielten Wirtschaftssanktionen anbelangt, die vor allen Dingen natürlich die Eliten treffen. Und ja, da hat das ja vorhin nochmal ganz klar gesagt. Und das finde ich auch richtig, weil es wird ja immer gesagt, naja, jede Sanktion trifft natürlich irgendwann noch die Bevölkerung. Das ist ein Problem, weil natürlich auch die russische Bevölkerung verarmt ist unter der falschen Sozial- und Wirtschaftskolitik von Putin. Und gleichzeitig hat auch die ukrainische Bevölkerung recht darauf, zu überleben, aufleben und es nicht die Städte zerstört werden und die Kinderkrankenhäuser zerbombt werden. Also das muss man sich da bei der Debatte auch, glaube ich, immer wieder vor Augen halten. Ich muss insgesamt sagen, und ich darf ein bisschen was sagen zu den Fragen, die ich jetzt im Chat gelesen habe. Also natürlich kritisieren wir beispielsweise Parteienverbote in der Ukraine. Da kann aber Jana vielleicht eher nochmal was zu sagen, weil das ja da auch innerhalb der ukrainischen Linken, wenn ich es jetzt richtig mitgeschnitten habe. Also es treffen unterschiedliche Parteien, es gibt unterschiedliche Positionen. Trotzdem können wir das und müssen wir das kritisieren. Was wir nicht machen können, dass wir das in der Ukraine kritisieren und nicht gleichzeitig kritisieren, welche massiven Repressionen Putin in Russland gegen Opposition macht, dass er dort in den sozialen Medien, Facebook, Google, was auch immer quasi unterbunden hat. Da dürfen wir auch nicht mit zweierlei Maß messen. Und ja, wir kritisieren natürlich Rechtsextreme in der Ukraine, genauso wie wir Rechtsextreme auch in Deutschland kritisieren, wo sie ja im Parlament sitzen und wo es auch innerhalb der Bundeswehr rechtsextreme Strömungen in der Bundeswehr gibt. Also insofern, es muss wirklich überall da eine differenzierte Position vertreten werden. Was ich mir schon wünsche, das sage ich auch zu denjenigen, die sich bei mir gemeldet haben. Ich habe ja auch mal einen Artikel, den ich verhältnismäßig, ich fand, der war jetzt moderat, aber kann ich mich betäuscht haben, positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, du gehst nicht weit genug, man muss auch Waffen liefern und so weiter. Ich habe aber auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass ich jetzt das Erfurter Programm verraten würde und so weiter. Und mir ist unterstellt worden, ich würde mich mit den Dingen nicht beschäftigen und so weiter. Und ich würde wirklich alle auch kritische Stimmen bitten, auf eine souveräne Diskussion zu führen, in diesem Ton, den wir heute führen, und nicht mit Unterstellungen zu arbeiten, was ich hier schon wieder lese, wer alles keine Ahnung hat und so weiter. Ich glaube, das trägt jetzt einfach nicht zur Sache bei. Und mein Vorschlag für die Debatte in der Linken ist tatsächlich, dass wir uns zunächst mal über ein paar Grundsätze verständigen, die gelten sollten zum Völkerrecht, zum Menschenrecht, ein klares Bekenntnis zur Demokratie und dass wir dann auf diesem Wege Fragen voranschreiten. Und dazu sind, glaube ich, alle eingeladen. Danke, Karin. Du hast ja einen Punkt schon angesprochen, in dem Chat öfters nachgefragt wurde, das Azov-Bataillon. Und Jana, wie schätzt du die Rolle des Azov-Bataillons in der Ukraine ein? Und vor allem, das würde mich auch mal interessieren, aus deiner Perspektive, die Wahrnehmung oder die Debatte in Deutschland rund um das Azov-Bataillon, ob du dazu was sagen könntest? Und die zweite Frage würde ich dann auch direkt anschließen. Vor kurzem wurden ja die Parteien verboten. Welche Bedeutung hatten diese Parteien in der Ukraine? Wie würdest du sie einschätzen von ihrem gesellschaftspolitischen Bild? Welche Position hatten diese Parteien vertreten? Welche Rolle haben sie gespielt? Und genau, das wären sozusagen die beiden Fragen, die ich jetzt nochmal nicht geben würde. Ich kann zur Frage der Parteiverboter leider jetzt nicht viel sagen, weil ich da nicht so gut informiert bin, weil das relativ neu ist. Deshalb, ja, natürlich nicht gut. Aber mehr kann ich nicht sagen dazu. Aber Frage mit Azov-Bataillon. Ja, du legst den Finger in die Wunde, weil das immer wieder das Thema ist in Deutschland und auch im Ausland, natürlich auch in der Ukraine. Und ja, Azov-Bataillon ist vollständig problematisch, darf nicht existieren. Das ist keine Frage für die ukrainische Linke auch. Natürlich, die ukrainische Linke sind auch die, die das die ganze Zeit kritisiert haben, die rechte Gewalt in der Ukraine auch kritisiert haben, so weiter, weil wir sind auch die, die von dieser Gewalt auch leiden, ja, auf den Straßen und so weiter, queere Menschen, linke Menschen, so weiter. Wir haben das die ganze Zeit kritisiert. Was wichtig ist, in Deutschland, das, ich finde immer, das gerät ein bisschen aus der Proportion, welche Rolle Azov und die Rechten in der Ukraine spielen. Es wird immer nur über Azov gesprochen, über Rechten in der Ukraine, nie über Rechten in Russland. Und jetzt aber, Russland ist ein Land, was neofaschistisches Krieg angefangen hat und nicht die Ukraine. Und wahrscheinlich sind russische Rechte doch ein bisschen gefährlicher und einflussreicher als die Rechte in der Ukraine. Wie Karin auch gesagt hat, Deutschland ist das Land, wo Rechte im Parlament sitzen, nicht die Ukraine. Deshalb, ja, es gibt natürlich Fälle, es gibt Probleme, Azov und so weiter. Das muss man aber gut einschätzen, welcher Einfluss das auf, wie repräsentativ ist das, Steht das für die ganze ukrainische Bevölkerung? Nein. Sind alle anderen ukrainischen Militärstrukturen rechts? Nein. Es gibt jetzt, wie gesagt, viele Linke, die im ukrainischen Militär sind, in Territorial Defense und so weiter. Ich finde, das ist einfach schade, dass dieses Element von russischer Propaganda in Deutschland so erfolgreich ist, und dass Ukraine in der Tat immer wieder als einfach Nazi-Land wahrgenommen ist. Und wenn man irgendwelche, wenn wir sprechen, dann sind wir auch irgendwie Nazis und haben keine Ahnung und rechts und so weiter. Man muss da viel, viel aufmerksamer sein und nicht übertreiben und nicht disproportional quasi das alles einschätzen. Danke, Jana. Karin, du bist noch was. Ich würde es jetzt direkt anknüpfen. Wir haben ja das Phänomen des ukrainischen Boots, auf das André Melnick, der ja auch so zu den letzten Tagen sich in Online-Debatten mit ehemaligem Bundestagsabgeordneten der Linken verwickelt hat. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest. Fabio De Masi hatte da ja eine Debatte mit ihm und Melnick hat ihm, hat eigentlich der Linken dann sozusagen eine Mitschuld sozusagen am russischen Agieren vorgeworfen. Du bist ja selber sehr, sehr kritisch sozusagen eigentlich in der vergangenen Position. Aber was würdest du darauf antworten auf so eine Position, die der Linken eine mit oder sozusagen eine Verantwortung für den russischen Angriff zuspricht? Ich habe so am Rande nur mitbekommen, muss ich sagen. Aber ich fand jetzt schon das Statement von Melnick auch, dass er sich da total im Ton vergriffen hat. Und auch es bringt halt nicht weiter, dass man dort die rechten Umträbe auch im ukrainischen Militär dort kleinredet und sagt, das findet gar nicht statt. Man muss das kritisieren. Also zum Beispiel unsere Bundestagsfraktion, Martina Renner, hat es ja auch klar immer wieder darauf hingewiesen, auch, dass auch aus den deutschen Nazis dort Menschen rekrutiert werden. Und das kritisieren wir natürlich in jedem Land. Ich finde aber, es darf nicht politisch verwendet, also es darf nicht falsch interpretiert werden und man muss sehr, sehr klar sein in anderen Positionen zu diesem Krieg. Und wie Vassianer gesagt hat, dass es proportional sein muss und dass natürlich wir diese zum Beispiel rechte Unterwanderung von bestimmten Bundeswehreinheiten auch haben, dass es das in ganz vielen Ländern tatsächlich gibt, was vielleicht mit der Kultur und mit der Historie von Militär vielleicht auch zu tun hat. Also es darf nicht aus dem Verhältnis raten trotzdem und deswegen habe ich das nicht unterstützt, was Melnick dort gemacht hat, auch wenn wir ihm im Bundestag wie auch die anderen demokratischen Fraktionen in dem Moment als Repräsentant der Ukraine natürlich gewürdigt haben und Solidarität verpflichtet haben. Aber wie er sich dann dort jetzt konkret positioniert hat, das ist, glaube ich, nicht unsere Position. Es ist tatsächlich total schade, dass wir hier zu dritt diskutieren und ich versuche immer, ihr seht das in dem Chat ein bisschen noch mitzulesen. Es ist aber sehr munter im Chat, deswegen kann ich nicht auf alles eingehen. Ich habe gerade gesehen, dass Raul eingestellt hat, dass es dort eine Positionierung oder Einschätzung auch zu diesen Parteienverboten gegeben hat. Da will ich nochmal drauf verweisen, weil alle, die jetzt uns zuhören, können, glaube ich, auch im Chat mitlesen und da kann man sich auch nochmal belesen an dieser Stelle. Ich will nochmal aus meiner Sicht Folgendes sagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch, weil ich, wie gesagt, den Chat so nebenher jetzt mitlese. Ich habe überhaupt nichts zurückzunehmen an NATO-Kritik. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt, dass wir jetzt die NATO da reinwaschen und das nicht alle sehen. Der Punkt ist trotzdem nur, dass nichts diesen brutalen Angriffskrieg rechtfertigt. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und der andere entscheidende Punkt ist, dass wir mit unserer völlig berechtigten Kritik an dem Imperialismus der NATO uns des Westens übersehen haben, dass es auch andere Imperialismen gibt, die entstehen und dass die nicht nur eine Reaktion auf den Imperialismus der NATO sind. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und da weiß ich nicht, ob wir uns einig sind mit allen, aber das ist für mich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung in dieser moderaten Neuaufstellung unserer Außenpolitik, dass wir das sehen und anerkennen oder kritisch sehen, dass es eben auch da verschiedene imperialistische Zentren und Bestrebungen gibt und dass eine linke Partei immer sich gegen Nationalismus und Imperialismus ausspricht. Und ehrlich gesagt, wer dort noch denkt, dass dort Putin ein Opfer ist, der sollte sich wirklich seine Rede anhören. Und da sollte sich auch seine Rede anhören, wie er beispielsweise die Sowjetunion kritisiert hat für ihre Anerkennung der Rechte der Völker. Also das ist wirklich, da wird jede Illusion genommen. Und irgendjemand sagt ja hier, ich würde die Illusion bedienen, dass die Linke Putin-Versteher waren und so. Das sage ich so nicht. Ich sage, dass halt viele Genossinnen und Genossen eine sehr positive Haltung gegenüber Ausland haben. Die ist auch total nachvollziehbar. Und dass diese positive Haltung und die Liebe zu den Menschen und zur Kultur zu lange die sich darauf verstellt hat, dass Putin eine absolut reaktionäre und repressive Politik gegen die eigene Bevölkerung macht. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist auch die Debatte, die wir in der Partei führen müssen. Nicht, um jetzt eine antirussische Haltung zu haben, aber eine Haltung gegen Putin einzunehmen, das scheint mir dort unmissverständlich nötig zu sein und auch ganz klar zu sagen, dass unsere Haltung, unsere Solidarität der Ukraine gilt, den Menschen in der Ukraine aber natürlich auch der Opposition in Russland. Das ist sozusagen die Position, die die Linke dort einnehmen muss, an der Seite der russischen Opposition, an der russischen Demokratiebewegung. Und ich will auch heute sagen, dass ich mich wirklich zutiefst davor verneige, für den Menschen, die auch in Russland trotz massiver Repressionen den Mut haben zu protestieren. Und das gibt mir vielleicht auch anderen eine gewisse Hoffnung, dass sich auch in Russland dort etwas ändert. Und diese Veränderung, die ist dringend nötig. Und die wünsche ich auch den Russinnen und Russen selbst. Denn was Putin ja dort anrichtet, das ist ja eine Isolierung von Russland, die wir als Linke natürlich überhaupt gar nicht wollen können. Aber das ist ja das, was im Ende dort passiert. Dass nämlich Russland isoliert wird, dass die Menschen dort weiter leiden werden. Und deswegen kann ich tatsächlich nur hoffen, dass die Ära Putin bald zu Ende geht. Aber klar, das muss natürlich eine Demokratiebewegung in Russland sein. Und deswegen ist für mich auch sehr, sehr klar, wo wir als Linke dort stehen, nämlich an der Seite dieser russischen Demokratiebewegung. Ich sage noch mal kurz eine monotorische Anmerkung. Wir versuchen, Fragen zu beantworten, aber nicht alle sehen alle Fragen, wir kriegen so viele Fragen rein, wir werden bewirsen nicht alle antworten, können ich versuchen, da moderatürlich einen roten Faden einzuspinnen. Jana, das war ja gerade ein wichtiger Beitrag von Karin, die noch mal auf die russische Oppositionsbewegung einging. Wie ist denn der Kontakt zwischen ukrainischen Linken oder russischen Linken, die sich ja auch gegen den Krieg aussprechen? Einige russische Linke, weiß du etwas, wie der Kontakt von der Ukraine mit russischen Linken in Russland ist oder hier, es gibt ja aus beiden Ländern auch Leute, die in Berlin leben, wie da der Kontakt ist, ob es da auch gemeinsame Kontakte und gemeinsame Positionen gibt, das würde mich noch interessieren. Wenigstens für Berlin kann ich sagen, ja, ich habe auch in meinem Freundenkreis auch russische Linke, ich habe am Sonntag eine Podiumdiskussion auch mit einer russischen, also Linke aus Russland, mit diskutiert, also klar, es gibt Kontakte zu Ukraine, zu größeren Zusammenarbeit, ich weiß nicht, ob es jetzt etwas existiert dazu, weil ich meine, was sollte das sein, also ukrainische Linke haben was zu tun in der Ukraine, russische Linke in Russland, ja. Eine Frage war auch noch im Chat, die fand ich sehr spannend, wie auch an Jana, du hast ja beschrieben, dass viele Linke sich jetzt freiwillig gemeldet haben zur Territorialverteidigung oder auch in anderen Gruppen, der Punkt ist ja, dass Männer auch zwischen 18 und 60 nicht ausreisen dürfen, das heißt, sie sind sozusagen verpflichtet, in der Ukraine zu bleiben, können nicht fliehen, und mit Rechtverstand gibt es auch die Generalmobilmachung, das heißt, sie müssten rein durch auch, könnten eingezogen werden. Gibt es noch irgendwelche linken Kreise in der Ukraine, die doch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung eigentlich hochhalten oder gibt es dazu irgendwie Positionen, wie war vorher die Debatte in der ukrainischen Linken, gibt es da wie in der deutschen Linken eine Kriegsdienstverweigerungsdebatte oder existiert das gar nicht, gibt es pazifistische Kreise, könntest du dazu was sagen, also wirklich Gewalt, also auch unter den jetzigen Bedingungen ablehnen, mit Waffen Gewalt sich zu verteidigen? Ich habe keine solchen Debatten mitbekommen. Also ich glaube, auf persönlicher Ebene nicht alle haben natürlich wünschen sich jetzt direkt ins Militär einzutreten und so weiter, da kann es unterschiedliche Haltungen persönlich geben und manche Menschen fühlen sich an anderen Orten nützlich und so weiter, aber als politische Debatte, ich habe gar nichts dazu jetzt mitgenommen und klar, natürlich, dass das jetzt Männer nicht ausreisen dürfen, diese ganze Entwicklung, natürlich ist das generell nicht gut, ja, nicht optimal, nicht etwas, was wir als Linke, aber auch generell uns wünschen würden, aber das ist jetzt notwendig in der Situation, weil das ist klar, dass dieser Krieg ukrainische Gesellschaft nicht weiter in irgendwelche Utopien bewegt und nicht mehr Menschenrechte bringt mit sich, nicht mehr positive gesellschaftliche Entwicklungen, nicht mehr alles, ja, das ist klar, dass dieser Krieg, wie auch russische Aggression seit 2014, die ganze Zeit, dass sie jetzt Bevölkerung destabilisiert und in sehr destruktive Auswirkungen hat, deshalb, dass, ja, dazu, ob das zu dieser Wehrpflicht und so, da gibt es jetzt keine Debatten, aber das ist auch nicht die Frage der Zeit generell, dass jetzt die Situation und da ist die Gesellschaft jetzt auch. Ich würde vielleicht eine Frage aus dem Chat aufgreifen, die geht mehr an dich, Karin, sozusagen, dass die Linke immer zu den russischen Invasionen in Tschetschenien und Syrien weitgehend geschwiegen hat, obwohl es ja auch viele Opfer und Verwüstungen gegeben hat, wir denken an die Bilder von Aleppo, das sind ja auch verwüstete Städte, sozusagen, die Frage ist eher, ob man nicht zu einer zeitgenössigen Einschätzung der innerimperialistischen Konflikte kommen müssen, darauf eine Antwort finden müssen, ich glaube, darauf hat es Zwischenung antwortet, aber meine Frage wäre, sozusagen, woran liegt es, dass jetzt sozusagen auch so eine Entwicklung in der Debatte in der Linken eingetreten ist, die zum Beispiel bei Syrien nicht eingetreten ist, sozusagen, woran es liegt, dass jetzt sich etwas in der Linken-Debatte in Deutschland auch bewegt, hat das etwas damit zu tun, dass, was ja oftmals vorgeworfen wurde, dass es ein Eurozentrismus ist, dass die Ukraine sozusagen als nah wahrgenommen wird, während Syrien weit weg war, wie erklärst du dir diese unterschiedliche Aufmaßen bei der deutschen Linken, Karin? Also es hat auch zum Thema, was Russland in Syrien macht, unterschiedliche Positionen in der Linken gegeben. Wir haben das in der letzten Legislaturperiode im Bundestag auch diskutiert, dass wir einige in der Fraktion, zu denen ich gehört habe, fanden, dass diejenigen, die, sag ich mal, zuständig sind oder dort die lautesten Reden gehalten haben, das zu unkritisch gesehen haben. Das Argument war dann immer, ja, also das Argument war dann sehr häufig, naja, Syrien darf jetzt nicht auch noch zerfallen, wie jetzt beispielsweise mit Verweis auf Libyen, aber ja, das habe ich auch schon selbstkritisch gesagt, dass wir, die wir es kritisch gesehen haben, nicht laut genug gewesen sind und dass wir vielleicht die Auseinandersetzung gescheut haben, dass wir gesagt haben, so augenrollend lassen wir durchlaufen, das würde ich schon so sehen. Gleichwohl würde ich mir auch an der Stelle wünschen, dass diejenigen, die sich wirklich sehr geirrt haben an dieser Stelle, sich auch mal öffentlich positionieren und nicht, was ich jetzt so das Gefühl habe, abtauchen, als sei das nicht gewesen, diese wirklich völlig falsche und brutale Strategie, die Russland auch dort gefahren hat. Das will ich nochmal sagen. Ja, genau, warum gibt es unterschiedliche Aufmerksamkeitsökonomien für Kriege? Das ist richtig. Warum wurde über Jemen nicht so viel gesprochen oder wird darüber nicht so viel gesprochen? Das sind schon, also das muss man ernst nehmen, das stimmt, dass da ein gewisser Eurozentrismus ist und jetzt, wie es dann immer heißt, wo der Krieg zwei Flugstunden von Berlin weg ist, nimmt man es plötzlich wahr. Ich will trotzdem sagen, ich glaube, mein Empfinden ist, dass es eine andere, eine Einschätzung ist, nicht nur ein Empfinden, dass es schon nochmal eine andere Dimension bekommen hat hier, sondern dass wir im Grunde Angst haben müssen, dass sich das Ganze ausweitet, dass es eine Gefahr von einem, dass es der internationale Frieden hier in dem Fall sozusagen gefährdet ist, dass es die Gefahr im Grunde von einem automaren Auseinandersetzung gibt, von einem Dritten Weltkrieg, dass andere Länder mit einbezogen werden und das ist ja das, warum es dann an vielen Punkten eine Zurückhaltung gibt, nicht nur bei der Linken in Deutschland, sondern ich weiß, dass ja viele Ukrainerinnen auch die deutsche Bundesregierung noch als zu Zurückhaltung empfinden, genau aus diesen Gründen der Abwägung und dass man eben nicht möchte, dass dieser Krieg sich ausweitet, weil das Gefühl ist, wir sitzen auf einem Pulverfass, auf einem weltweiten Pulverfass. Insofern nehme ich das wahr, dass es da schon nochmal eine andere Dimension in dem Fall bekommen hat. Genau, aber daraus folgt auch, die anderen Kriege in der Welt wahrzunehmen, dort die Stimme dagegen zu erheben und auch dort sehr klar und sehr, sehr eindeutig zu sein. Das gehört, glaube ich, aber nicht nur bei den Linken in dem Fall, sondern das ist ja auch eine Aufmerksamkeitsökonomie der Mainstream-Medien, die dort sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Ich will noch mal was sagen zu diesem Thema, das liegt mir auf dem Herzen, die Tatsache, dass es natürlich auch Rechtsextreme in der Ukraine gibt und dass wir das sehen müssen, da sind wir glaube ich sehr klar und müssen wir sehr klar sein. Gleichzeitig merkt man ja, dass, was Putin so als Selbstrechtfertigung für seinen brutalen Angriffskrieg verwendet, da heißt es immer, ja, da geht es um die Faschisten, also gegen den jüdischen oder jüdischstimmigen Präsidenten vorzugehen und zu sagen, ja, wir bekämpfen jetzt den Narzissmus in Kiew. Also da gibt es auch ein Narrativ, was wir kritisch hinterfragen müssen und was vielleicht auch zu wenig kritisch hinterfragt wurde in der Vergangenheit, dass die ukrainische Politik als faschistische Politik, ich sage jetzt mal platt, gegeißelt wird. Und also da gibt es auch eine gewisse Propaganda, die dort stattgefunden hat und das müssen wir hinterfragen, ohne in der Ukraine, wie in Russland, wie in Deutschland und in jedem Land, Rechtsextremismus, egal von wem er kommt, eine ganz klare Absage zu erteilen, gerade wir als Deutschen. Kann ich dazu auch sagen, ich finde, natürlich muss man kämpfen mit diesen rechten ukrainischen Gesellschaft, also militär und so weiter, aber die Voraussetzung dafür, dass wir Ukraine erfolgreich dagegen kämpfen können, ist Frieden, weil Krieg macht es ein bisschen schwieriger, diese gesellschaftlichen Prozesse zu steuern, unter Kriegsbedingungen jetzt irgendwelche konstruktive Arbeit zu machen, ist unmöglich und das wird noch alles schlimmer machen und deshalb braucht es zunächst, dass es Frieden gibt, dass Ukraine diesen Krieg gewinnt und dann kann ukrainische Zivilgesellschaft diese Probleme Stück von Stück lösen, was natürlich unser Ziel ist ja und das ist auch wichtig, möchte Punkt machen für die deutsche Gesellschaft, ich sehe auch diese Milliarden für deutsches Bundeswehr, das bringt der Ukraine eigentlich gar nichts, deshalb, ja, aber wir müssen auch verstehen, dass wenn die Ukraine verliert und Putin gewinnt, dann wird es nur weitergehen, diese Militarisierung von auch europäischen Gesellschaften, es wird für Jahrzehnte eine Gefahr bleiben, Russland, die schon klar gemacht hat, dass sie Interesse haben, auch andere Staaten anzugreifen, dieses Problem wird einfach bestehen bleiben, die Bundeswehr an den Staaten, die werden nur noch weiter aufgerüstet und es wird schwierig dagegen etwas zu machen, wenn wir diese Gefahr, das hat schon in diese Richtung ukrainische Gesellschaft destabilisiert, wenn Russland weiter unter Putin existiert und diese Politik treibt, wenn die Ukraine jetzt fällt, das wird für Jahrzehnte Problem für die europäische Gesellschaft dann auch die Militarisierung, die Stärken von diesen allen Tendenzen, die wir als Linke nicht gut finden. Deshalb ist es wichtig, jetzt die Ukraine zu unterstützen, entschlossen, damit es nicht dazu kommt, Also das finde ich auch, das muss man auch noch natürlich noch mal sagen, dass natürlich was auch in der Debatte eine Rolle spielen muss und wir haben es heute noch nicht angesprochen, deswegen will ich es tun, dass es natürlich auch da Kooperationen gibt und eine ideologische Nähe zwischen deutschen Rechtsextremen und Putin. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt die AfD sozusagen anbelangt und da gibt es ja gemeinsame ideologische Auffahrtungen, ob das der Kampf gegen Minderheiten ist, ob das so ein nationalistisches Großmachtstreben ist, ob das ein herablassender Blick auf kleinere oder ich sage mal, weniger einflussreiche Länder anbelangt, was die im Grunde pro-kapitalistische Politik anbelangt, im Interesse der Eliten, was das Schüren von Hass gegen Minderheiten anbelangt, also da gibt es ja sehr viele Gemeinsamkeiten, das muss man natürlich auch ein Stück weit mal kritisch sehen und auch das gehört jetzt alles, gehört glaube ich in dem Fall nochmal auf die Agenda der Debatte. Genau. Ich muss sagen, es ist ziemlich schwierig zu moderieren, wenn gleichzeitig dieser Chat läuft, ich wünsche mir bald wieder Präsenzveranstaltungen, dann sieht man genau, was im Saal läuft, das ist sehr viel einfacher. Ich würde eigentlich eine Frage nochmal anschließen an Jana, sozusagen wie wurde der Syrien-Krieg eigentlich von ukrainischen Linken wahrgenommen, gab es dazu eine Position, wurde das wahrgenommen und ich weiß, es war Taras, der geschrieben hatte, dass jetzt man nicht die Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen so etwas kritisieren sollte, sondern ich sagen sollte, das ist doch sozusagen Beispiel, wie man mit allen Flüchtlingen umgehen sollte. Glaubst du, das könnte so einen positiven Effekt haben? Also zur Position von ukrainischen Linken zu Syrien kann ich jetzt nichts sagen, bin nicht so gut informiert an der Stelle. zu ukrainischen Flüchtlingen ja, bestimmt, also, aber ich finde, wir müssen, ich lese viele Beiträge von antirassistischen Aktivistinnen, die manchmal von Toren ich ein bisschen problematisch finde, weil es gibt diese ganze Diskussion ukrainische Flüchtlinge, Flüchtlinge erster Klasse und so und ich habe das Gefühl, da wird manchmal irgendwie so gegeneinander aufgespielt. Ich finde, natürlich müssen alle Flüchtlinge, egal woher sie kommen, so gut hier empfunden werden, als es überhaupt geht, aber ich finde, das auch ein bisschen, das ist nicht schuld der ukrainischen Flüchtlinge, dass die anderen Flüchtlinge schlimm behandelt werden und wurden. Ukrainische Flüchtlinge können dafür nichts und man muss aufmerksam bleiben und nicht dieser, weil ich doch gewisse Feindseligkeit merke manchmal und man muss auch da weiter gucken, dass auch ukrainische Flüchtlinge wie alle anderen weiter gute Bedienungen bekommen bekommen und so weiter, weil ich würde auch sagen, jede Flucht, Flüchtlinge erster Klasse, Flucht ist Flucht und ich glaube, es kann auch voll geben, dass nach ein paar Monaten werden auch ukrainische Flüchtlinge schlimmer behandelt, Rassismus funktioniert, so dass dann wird irgendwann ein Flüchtling irgendwelche Verbrechen machen, dann wird gleich sozial schmarotzer, krimineller und so weiter, auch ukrainische Flüchtlinge sind nicht immun dagegen und ich kann mir schon vorstellen, dass nach einiger Zeit, vor allem wenn es noch mehr gibt und sie weiter in Deutschland bleiben, wird auch sehr viel Hass kommen gegen ukrainische Flüchtlinge und da muss man solidarische antirassistische Politik machen für alle, die fliehen und Rassismus betroffen werden. Die Frage würde ich nochmal weiterspielen. Wir hatten ja schon 2015 anfangs eine große Solidarität mit den Flüchtlingen, die in Deutschland ankamen, viele Hilfe, selbst die Bild hatte ja damals geholfen, das Klima hat sich ja ziemlich schnell wieder gewendet in eine klassische abschottende Position. Ich glaube, Jana spricht da ja einen wichtigen Punkt an, dass das wir jetzt den ersten Monat noch haben, wir wissen gar nicht, wie lange es geht, wir hoffen ja, dass es schnell endet, aber was müsste jetzt die Bundesregierung auch machen, zum Beispiel in deinem Fachbereich, Wohnungspolitik, sozusagen für Abhilfe zu sorgen, weil es ja auch die klassische Debatte, gibt es dann sozusagen irgendwie die Flüchtlinge, Menschen, was wegnehmen würden, wir haben ja angespannte Mietmärkte, zum Beispiel in Berlin, in welche Sozialprogramme müsste jetzt aufgelegt werden, um dem auch vorzubeugen, um eben diese jetzt gerade sehr große Solidarität weiterzuerhalten und den Menschen weiterzuhelfen und die Akzeptanz für diese Hilfe für Menschen auf der Flucht zu steigern? Erstmal volle Unterstützung dafür, dass es nicht Geflüchtete erster und zweiter Klasse geben darf und das sehen wir aber natürlich, dass es jetzt stattfindet im Chat, hat da vorhin nochmal zu Recht die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze eine Rolle gespielt, wir wissen, dass auch über andere Fluchtwege Menschen weiterhin im Mittelmeer ertrinken oder abgefangen werden von deutschen Sicherheitsbehörden, wenn sie sozusagen nicht aus der Ukraine kommen und da müssen wir dann auch sagen, auch die Menschen dürfen kommen, das finde ich sehr klar, wir wollen, dass es dort keinen Rassismus gibt, weil wir schon erlebt haben, dass schwarze Ukrainerinnen oder Menschen, People of Color, die sich in der Ukraine aufgehalten haben, weil sie da zum Beispiel studieren, dass die dann Racial Profiling sozusagen unterworfen waren, das geht natürlich überhaupt nicht, also da brauchen wir ein ganz klares Nein und trotzdem, da hat Jana völlig recht, jetzt darf man jetzt nicht den Menschen vorwerfen, die sich auch unter widrigsten Bedingungen irgendwie sich jetzt hier nach Deutschland gerettet haben, also da müssen wir glaube ich sehr, sehr klar sein und dürfen nicht zulassen, dass wieder diese Stimmung irgendwann kämpft, wie damals in der Silvesternacht und ich glaube nämlich auch, dass das jetzt auch nur vielleicht der erste Eindruck ist, es gibt auch in Deutschland Feindseligkeiten gegenüber Ukrainerinnen, es gibt Klischees über ukrainische Frauen und da hat ja, also das ist ein Thema, wo wir noch viel Antidiskriminierungsarbeit leisten werden müssen in den nächsten Jahren. Genau, was tun, also in jedem Fall Flüchtlinge aufnehmen, Gefürchtete aufnehmen, willkommen heißen, es auch vom Bund besser unterstützen und koordinieren, ich glaube, dass Berlin dort die Hauptlast trägt und unsere Unterstützung bedarf, da gibt es ja immer so ein blödes Berlin-Bashing, auch weil es eine von Linken mitgetragene Regierung ist, klar, das wird ja immer auch da instrumentell verwendet, also eher Anerkennung dafür, was geleistet wird, aber aus meiner Sicht vor allen Dingen eine schnelle Integration von allen auch im bestehenden Wohnraum und ich weiß, dass die Situation in den Städten schwierig ist, aber ich kann zum Beispiel aus meinem Wahlkreis berichten, da stehen tausende Wohnungen leer und immer noch gibt es eine Massenunterkunft von Geflüchteten, ich kritisiere das immer wieder, aber man trinkt damit gar nicht mehr durch, dass wir diesen eklatanten Widerspruch haben, also das wäre ein gutes Kampagnenziel für die deutschen Henke zu sagen, okay, jetzt muss der Leerstand dort, wo er ist, auch geöffnet werden für die Menschen, damit sie von vornherein in Wohnungen kommen. Wir sollten, das fordere ich auch, es gibt sehr viel Leerstand im Gewerbebereich, im Bürobereich, das muss genutzt werden, Leerstand ist jetzt eben nicht mehr zu akzeptieren, wie oft wird Leerstand akzeptiert, auch in großen Städten, also nicht nur im ländlichen Raum, sondern es findet nach wie vor in den Metropolen statt, wo spekulativer Leerstand nicht genügend geahndet wird. Ich sage trotzdem ganz ehrlich und das ist auch ein Teil meiner Verantwortung, ich habe jetzt oder wir haben im Bundestag auch das, wir haben jetzt zugestimmt, eine Änderung im Baurecht, dass geflüchteten Unterkünfte schnell erstellt werden können, auch in irgendwelchen Gebieten, nicht als Wohngebiete ausgewiesen werden, wie es auch vor ein paar Jahren der Fall war. Ich weiß, dass es nicht die optimale Lösung ist. Wir wollen da nicht irgendwelche Containersiedlungen und irgendwelche lagerähnlichen Zustände haben. Trotzdem finde ich jetzt, ich weiß, dass wir gerade in den Städten, wo sich ja immer viel konzentriert, so viele Wohnungen im Moment nicht zur Verfügung haben, deswegen haben wir da auch zugestimmt. Ich glaube, wir müssen das beides tun. Also einfordern, dass dieser Leerstand jetzt sofort zur Verfügung gestellt, ja, und im Zweifel auch geschlagnahmt wird von den Kommunen. Da scheuen sie sich ja dann sehr häufig, das Recht haben sie ja. Aber das natürlich wir auch pragmatisch sagen, die Leute müssen jetzt untergebracht werden. Anschließende Frage, Jana, was macht eigentlich die ukrainische Community, gerade in Berlin, um ankommenden Ukraine-Flüchtlingen zu helfen? Seid ihr in der Richtung auch aktiv? Ja, klar, so von Anfang viele Freundinnen von mir haben schon in den ersten Tagen sich organisiert und privat Unterkünfte gesucht und dann Menschen koordiniert und geholfen mit Informationen, wie man, was man hier macht, wenn man ankommt. Und es gibt auch viele, die am Hauptbahnhof Menschen, aber nicht nur aus der Ukraine, da gibt es auch viele andere deutsche und internationale Menschen, aber auch eben aus der Ukraine, oder die, übersetzen. Also ich würde sagen, fast alle Menschen, die ich kenne, sind in einer oder anderen Form in irgendwelche Initiativen jetzt eingebunden. Ja, weil natürlich hat, obwohl wir hier sind, hat Krieg auch unser Leben ganz viel verändert und es ja. Also ich darf auch nochmal, darf ich noch, weil wir müssen ja das gleich einbinden, ich will eine Sache noch loswerden, das spielt auch in meinem Text eine Rolle und das ist auch wieder so ein heißes Eisen, aber ich finde ja, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir über diese heißen Eisen auch sprechen müssen, solidarisch. Und wir fordern ja in unserem Erfurter Programm die neue Friedensordnung unter der Beteiligung von Russland. Und ich will nochmal sagen, dass diese Forderung, die ja nach dem Ende des Kalten Krieges Viterran getragen wurde, die von vielen Friedensforscherinnen mitgetragen wurde, also weil das ja gerne so ein bisschen in das Reichte total absurd dargestellt wird in den Mainstream-Medien. Also das war ja mal eine andere Forderung. Ich glaube, im Nachhinein sieht man auch, dass es richtig gewesen wäre, wenn wir da hingekommen wären. Ich glaube, zur Wahrheit gehört jetzt, dass es jetzt in sehr, sehr weite Fahne gerückt ist und ich sehe diesen Annäherungsprozess mit Putin, also unter Putin ehrlich gesagt, für unmöglich an. Was tun wir jetzt? Und das ist gleich die zukünftige Debatte, die wir führen müssen. Ich finde nicht, dass wir dieses Ziel aufgeben müssen, aber genauso wie ich jetzt als Wohnungspolitikerin sage, ich sage, die Leute brauchen sofort eine Unterkunft und okay, dann muss es im Zweifel auch so ein Container-Dings sein und gleichzeitig den Leerstand beschlagnahmen und ein Wohnungsbauprogramm um 250.000 Sozialwohnungen im Jahr zu bauen. Also ich versuche als Wohnungspolitikerin die ganze Palette zu bedienen und von dem, was sofort passieren muss, trotzdem ein langfristiges Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich zum Beispiel einen Wohnungsmarkt zu haben, wie in der Stadt. Das wünsche ich mir jetzt als Wohnungspolitikerin von unseren Außenpolitikern, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren mit der neuen Friedensordnung und trotzdem brauchen wir eine Antwort, was wir jetzt sofort machen, wo diese Friedensordnung ja im Moment nicht vom Himmel fallen wird und wir so wenig Zustimmung zu dieser Forderung haben, wie lange nicht mehr. Das war ja auch im Wahlkampf, das habe ich gesagt, schon eine Forderung, wo das viele, die jetzt nicht die ganze Geschichte kennen und so tief drin sind in den Debatten, das nicht verstanden haben und gedacht haben, was soll das jetzt. Und auch diese Debatte, die müssen wir führen und da würde ich mir jetzt wünschen von unseren Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern, dass es untersetzt wird und ich glaube, so eine Antwort müssen wir als linke Partei schon geben, wie wir von A nach B kommen, ohne uns im Klein-Kleinen der Realpolitik total zu verrennen und ohne langfristige Ziele aus den Augen zu verlieren, aber dazwischen muss es ja eine Transformationsphase geben und da ist mit Verlaub mein Eindruck, dass wir das noch nicht skizziert haben und das ist, glaube ich, die Aufgabe in den nächsten Monaten auch für die Linke. Jetzt hast du mir meine Abschlussfrage schon eigentlich vorweggenommen. Ich wollte fragen, was sozusagen deine Wünsche sind sozusagen für den Juni-Parteitag der Linken, der ja vermutlich sehr stark unter dem Stern der Außenpolitik stehen wird, außenpolitische Diskussionen werden. Ich glaube, die Antwort hast du mir schon vorweggenommen oder wolltest du dazu noch was anschließen? Also ich glaube, dass wir ganz klar diesen Konflikt bewerten müssen, dass vieles falsch gelaufen ist in der Vergangenheit, aber nichts diesem brutalen Angriff von Putin rechtfertigen, dass er Hauptaggressor in diesem Konflikt ist. Da muss die Linke, glaube ich, sehr klar sein. Das wäre mir wichtig. Mir wäre es schon noch wichtig, dass wir auch sagen, dass wir uns geirrt haben und dass das aufgearbeitet werden muss und dann ist mir wichtig, dass wir uns zu ein paar Grundsätzen verständigen, von denen ich ja einige, ich kann noch mal auf mein Papier verweisen, vorgeschlagen habe, dass wir nicht mit zweitermaßen messen, dass wir ohne Wenn und Aber zum Völkerrecht stehen, zum Menschenrecht, dass wir für Demokratisierung sind, dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, dass wir die russische Opposition unterstützen, vieles andere mehr habe ich da formuliert, das habe ich ja auch zwischendurch immer wieder gesagt, man kann es nachlesen, genau und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir solidarisch und offen diskutieren können und dass wir diese, wie ich wirklich finde, fürchterliche Diskussionskultur, die wir bei diesem Thema hatten in der Vergangenheit, dass wir da uns weiterentwickeln auch als Linke und in der Lage sind, da zu diskutieren, auch Fragen aufzuwerfen, es weiß ich nicht, ob wir diese Antworten jetzt alle beim nächsten Parteitag schon lösen können, da muss jetzt glaube ich auch mehr investiert werden an Zeit und auch an Know-how, das was in den letzten Jahren nicht stattgefunden hat, weil viele außenpolitischen Debatten in der Vergangenheit waren ja, ja, da steht ja jetzt alles und ja, damit ist ja alles gesagt, aber ich kann nur als Wohnungspolitikerin sagen, da steht auch was zur Wohnungspolitik drin, aber in den letzten Jahren ist total viel passiert, da haben wir ganz viele neue Positionen entwickelt, auch auf Parteitagen entwickelt und das finde ich jetzt in der Außenpolitik nicht differenziert genug, nicht mehr up-to-date genug, deswegen habe ich gesagt, wir brauchen da ein Update und ich glaube, eine Frage ist schon so, ich wünsche mir ein Update, ohne friedenspolitische Grundsätze über Bord werfen zu müssen und ich halte das auch für denkbar und für möglich und ich würde mir wünschen, dass jetzt nicht gleich gesagt wird, naja, die Debatte müssen wir gar nicht führen, wir haben uns ja, wir haben ja schon immer alles gesagt, ich glaube, die Haltung, dass wir als Linke in der Außenpolitik schon immer alles gesagt haben, ich glaube, damit kommen wir nicht weiter und ich glaube, dass es nicht von der Mehrheit der Bevölkerung so betrachtet wird, ich glaube, dass wir dort ein Glaubwürdigkeitsproblem haben und dass wir einiges konzeptionell weiterentwickeln müssen und deswegen werbe ich da für eine Offenheit, auch für eine Bereitschaft zu einer moderaten Veränderung und vor allen Dingen zu einer klaren Haltung in dem Sinne, wie ich sie versucht habe in meinem Text und auch heute in der Diskussion zu skizzieren. Danke, Karin, sozusagen meine Abschlussfrage noch an Jana, an dich, sozusagen, ich frage jetzt nicht danach, was du dir für die Ukraine wünschst, ich glaube, die Frage ist klar, das Ende des Krieges, meine Frage ist eher sozusagen, was wünschst du dir im zukünftigen Verhältnis zwischen der ukrainischen und der deutschen Linken, was wäre da dein Wunsch, welche Richtung sollte es da gehen? Gute Frage. Ja, ich glaube, uns nicht das Leben schwieriger zu machen mit merkwürdigen Positionen, was die linke Bewegung als Ganze diskreditieren und dann werden wir in der Ukraine nicht nur von den Rechten angegriffen, sondern von Zivilbevölkerung und von allem als Linke, weil Linke heißt prorussisch und die Abgeordneten von der Linken sind doch in Krim gefahren und ihr seid auch Linken, also ihr unterstützt das Ganze auch und wir haben auf allen Ebenen so viele Probleme, deswegen, was manche deutsche Linke tun, das wäre schon gut, einfach damit aufzuhören, die Linken als Ganze zu diskreditieren mit prorussischen Positionen, generell mehr zu hören und nicht arrogant zu sein, weil diese ganze Pro-NATO, NATO-Osterweiterung, bla, nicht Ukraine, wie gesagt, Agency abzusprechen, nicht Narrative von russischen Propaganda zu übernehmen, sich zu interessieren über Entwicklungen in der Ukraine und in Russland und nicht nur über Westen und ständig über NATO zu sprechen und selbst referenziell in diesem Narzissmus zu bleiben, dass ja, es geht die ganze Zeit um uns und NATO, nein, es gibt viele Entwicklungen in der Ukraine, in Russland, dafür soll man sich interessieren und auch ukrainischen Linken zuhören und russischen Linken auch und ja, ich glaube, Linke, das wäre sehr schön, wenn Linke aus dieser sehr problematischen Haltung und problematischer Partei sich irgendwie neu überlegt und neu erfindet und versteht, das ist linke Sache, Kampf gegen Imperialismus, Kampf gegen Russland, die jetzt friedliches Land, friedliche Bevölkerung angreift, Kriegsverbrechen begeht, jeden Tag, das ist links, Ukraine in diesem Kampf zu unterstützen ist links, und Linke soll nicht weniger tun und nicht dafür kommen, dass die Bundesregierung jetzt weniger Sanktionen macht, weniger Waffen liefen und so, die machen sowieso ganz wenig, Linke soll sich dafür kommen, dass sie mehr machen, dass Deutschland als Kanzler mehr macht, dafür, dass das in der Ukraine endlich sein Ende findet, dass Zivilisten nicht angegriffen werden, dass Menschen nicht sterben, dass Millionen Menschen nicht mehr fliehen, das ist linke Haltung, das kämpferisch zu sein, nicht zu sagen aufgeben, ja, Waffen schlimm, Ukraine kapitulieren, nein, gegen diesen rechten faschistischen Krieg zu kämpfen, Ukraine mit allen Mitteln unterstützen, das soll linke Haltung sein, mehr von Deutschland zu fordern. Karin Karin, du wolltest noch sagen? Genau, also das wäre auch, ich will mich auch total bedanken, ich fand es super und ich fände gut, dass wir die Debatte fortsetzen, also vielleicht auch gar nicht gerne mit mir, aber vielleicht auch, ich sage mal, mit den Zuständigen und das würde ich mich in jedem Fall für einsetzen, dass wir als linke Partei, als linke Fraktion, als linke in der Gesellschaft jetzt die Diskussion genauso ehrlich und so konkret und so offen auch mit ukrainischen Linken führen, wie wir es heute gemacht haben. Für mich ist es wirklich ein Anfang gewesen, ich habe viel gelernt und bin gerne mit dabei und würde mich sehr freuen, Jana, wenn wir uns auch irgendwann persönlich kennenlernen und viele andere ukrainische Linke auch. Also für mich war es jetzt ein Auftakt, vielen Dank. Da kann ich das jetzt einhaken als Rosa-Luxemburg-Stiftung, das werden wir natürlich ermöglichen, sozusagen noch viele weitere Debatten zwischen Linken aus der Ukraine, gerne auch mit dir wieder, Karin, und natürlich mit allen Zuschauerinnen, die heute dabei waren, ich weiß, es ist schon relativ spät, aber es war heute ein Marathon, glaube ich, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ich glaube, es waren fünf oder sechs Veranstaltungen, die wir insgesamt zu dem Thema heute hatten, deshalb danke ich, jetzt noch einige so lange durchgehalten haben, ich denke, auch die Debatte werden wir weiterführen, wir werden sie auch solidarisch weiterführen, als Stiftung auch unterstützen, weitere Informationen zur Verfügung stellen, Linken aus der Region, eine Stimme auch hier in Deutschland geben, auch die sprachlichen Barrieren überwinden, heute zum Glück hatten wir sie ja nicht, konnten uns auf Deutsch verständigen, aber sonst auch mit Dolmetschung werden wir da gerne weiterhelfen, ich denke, das bringt uns das Linke nur gemeinsam voran, im internationalen Dialog zu bleiben und ich freue mich, dass Sie dabei waren und genau, schauen Sie gerne auf der Seite nach, unser Dossier ist noch da und die nächsten Veranstaltungen werden auch angekündigt und damit wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend und danke mich nochmal bei meinen Gästen heute Abend, dass ihr da wart und so lange noch mit uns diskutiert habt und wünsche damit allen noch einen schönen Feierabend.